Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind natürlich hier wieder bei unserer Melody und Familie Monshine. Und wir werden heute diese Babys ja altern. Am Dienstag, habe ich mir schön aufgeschrieben, weil ich bin Profi und so. Ich habe heute Sims 4 Nachhaltig Leben vorbestellt. Und wenn ihr meine Vorabmeinung schon wissen wollt, dann guckt mal auf meinem Kanal, weil ich habe ein Video hochgeladen, was aber die meisten schon gesehen haben sollten, weil es hat unfassbar viele Aufrufe bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Es wurde sogar vom Original Sims 4 Nachhaltig Leben Trailer vorgeschlagen. Leute haben mich durch diesen Trailer gefunden, wo ich mir denke, okay, das ist eine Ehre. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ja, ich bin richtig bereit. Es kann gerne jetzt schon rauskommen. Ah, sie ist ja nicht wieder schwanger. Dann müssen wir uns darum ja auch noch kümmern. Wie viele Kinder haben wir denn? 2, 4, 6, 7. Achso, wir wollten da warten, ne? Weil 7 ist immer so ein doofes Dings. Aber ja, irgendwas ist kaputt gegangen. Das werden wir natürlich reparieren hier. Das ziehe ich gar nicht ein. Und was mich halt richtig stört, das hier vorne bricht immer komplett. Und es nervt mich sehr. Deswegen werden wir jetzt hier einfach ein Dach drüber setzen. Und dann ziehen wir es lieber. Und hier sieht es schön aus. Alles soll nicht sein. Du solltest nur noch Schuss für den Arm. Das ist nicht so weit. So, das ist nicht so weit. So, dann nehmen wir den Dach. Zack. Und aus. Und in die Saison. Schön. Nein, ich habe aber keine Lust, das immer wieder zu reparieren oder neu kaufen zu müssen. Deswegen kann sie es jetzt reparieren und dann geht es nur noch kaputt, wenn es zu viel benutzt wird. Wuhu! Stimmt, wir hatten bei Backen gar nicht weiter gemacht. Das wollte ich aber eigentlich ja noch tun, weil ich möchte ja so viele Fähigkeiten wie möglich maximieren mit ihr. Und deswegen, ja, wenn sie das nächste Mal kocht, wird sie einfach backen. Oh, ihr seid ja auch schon ziemlich weit. Also zumindest er. Wie sieht es denn mit ihm aus? Also das ist noch nicht ganz so... Also er ist auf jeden Fall weiter. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. So, er muss auf jeden Fall fleißig lernen, weil dann kann er eventuell heute schon ausziehen. Das wäre perfekt. Diese Lags von den letzten Malen scheinen sich auch ein bisschen gelegt zu haben. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Weil das hat mich schon echt gestresst, dann beim Schneiden, als dann halt einfach das nicht weiterging. Aber, ja, mein PC scheint sich beruhigt zu haben. Irgendwas hat sich verändert, was es irgendwie wieder besser gemacht hat. Ein Glück! Und das Kleinkind kann gealtert werden. Oh mein Gott. Oh. Warum steht da was drin? Obsttorte. Oh. Hat sie die eh nicht zu Ende gemacht? Kann man da auch Kerzen draufsetzen? Hm. Also cool wäre es auf jeden Fall, ne? Ja. Dann mach halt die jetzt doch noch weiter. Level 5 der Kommunikation. Hallo? So weit wollen wir hier gar nicht gehen. Huch. Bitte. Ja! Ja! Alle. Alle haben einfach Geburtstag. Ja! Okay. Dann fangen wir mit ihm an. Dann können wir ihn nämlich direkt rausquetschen aus diesem Haushalt. Happy Büsti to you! Ein Vielfraß. Dann mach bitte Kerzen drauf und dann bye 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 bye. Tschüss! So. Du bist auch Einsatsschüler, deswegen natürlich darfst du hier Kerzen ausblasen. Let's go! Ich wünsche dir alles Gute in deinem Leben. Die Kinder schreien hier einfach nur rum und ich denke mir so, äh? So. Du bist unberechenbar. Du möchtest Supervater werden. So. Und dann kannst du doch deinem Brudi helfen, Kerzen auszublasen. Das müsste Robin sein, der schon alles durch hat, oder? Ja. Hör auf damit zu reden und, ähm, wir geben ihm natürlich andere Haare. Aber, weil letztens die selbe Frisur, die Oskar auch hatte und das finde ich ein bisschen Laim. Aber, ja. Juhu! Hallo? Bitte! Nein, nichts, nichts Couch. Nichts Couch. Bitte Kerzen ausblasen. Hallo? Mach doch! Ich hasse das manchmal ein bisschen, ne? Aber nur ein bisschen. Juhu! Und du bist ordentlich. Und sozial. So, und der Cake kann jetzt zurück. Du kümmerst dich jetzt endlich um deine Kackkinder, Alter. Ich raste gleich komplett aus. Gut, dann begeben wir uns dann, äh, gleich mal schön in den Create-A-Sim. Gut, dann begeben wir uns dann, äh, gleich mal schön in die Kackkinder. Gut, dann begeben wir uns dann, äh, gleich mal schön in die Kackkinder. Er hat ein Projekt nach Hause mitgebracht. Geil. Das nimmt man, ne? Du bist ein Niemand. Ich sehe dich nie auf Partys. Okay. Toll, als ob er jetzt auch schon wieder gemobbt wird. Wieso sind alle gemobbt? In meinem Haushalt hier. Er tut einfach alles, damit er noch seine Hausaufgaben fertig bekommt. Mitten in der Nacht. Obwohl er schon richtig müde ist. Aber egal. Die Schule ist wichtig. Ihm fehlt jetzt nur noch Fantasie. Cool. Dann kann ich die auf jeden Fall gemeinsam in den Creative Sim stecken. Dann mit den Babys. Ja. Das ist doch sehr, sehr schön. Obwohl es von der Zeit her wahrscheinlich eher wieder darauf hinauslaufen wird. Dass ich die privat dann umstylen würde. Aber ja. Das ist ja okay, oder? Weil sonst nehme ich zu lange auf. Und das ist immer ein bisschen meh. Mäh, meh, 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 meh. So. Und du bist neugierig. Es würde halt insofern von der Zeit nicht reichen. Weil ich ja dann drei Kinder umgestalten muss. Und das ist halt schon viel auf einmal, ne? Ja. Und eben ist meine Kamera ausgegangen. Ich weiß nicht, ob man das im Video gesehen hat. Aber kritisch. Ich vergesse immer, die wieder neu einzustellen. Ich brauche einfach eine, die eigentlich unendlich laufen kann. Aber das habe ich leider nicht. Vielleicht irgendwann. Ähm. Nope. Nope, 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 nope. 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 Na, nein. Warum? Okay, du bist dabei. Das ist noch sehr, sehr gut. Und ihr kümmert euch einfach auch schon um euren Scheiß. Hallo, ihr müsst zur Schule übrigens, ne? Nur so. Ein Tablet ist schon wieder verschollen. Ah, ach man. Huch. Das habe ich jetzt erst gesehen. Sagt meinen Namen nicht. Alles klar, Brudi. Dinge waren doch gerade noch okay. Hier kommt das Drama. Philipp möchte nicht involviert werden. Oh Mann, ey. Ah, Philipp hat die Belohnung hoch. Leistungskandikel in seinem Inventar erhalten. Süß. Theo ist schon Level 2. Cool. Oh, ich glaube, ich habe das Tablet gefunden. Wow, es war in der Luft. Mann. Quentin. Du bist alt genug, um älter zu werden. Das ergibt keinen Sinn. Aber man weiß schon, was ich meine, oder? Juhu. Happy Birthday. Nein, wir gehen nicht zur Geekon. Aber danke für die Einladung. Woo. Wir müssen noch einen Typen suchen. Das müsste ich noch heute schaffen. Also, es wäre zumindest gut. Simperlich. Und du bist auch sozial. Cool. Hier, Geburtstagskerzen. Und dann, den alten Mann wollten wir einladen oder so, ne? Warte mal. War da nicht was? Dann haben wir doch uns, äh, hier gesucht. Wir waren das nochmal genau. Lebt er noch? Also, es wäre vorteilhaft, wenn er noch leben würde. Kann man mit Geistern ein Kind zeugen? Ich weiß es nicht. Hier, Dennis. Hier. Äh. Um Verabredung bitten. Machen wir mal. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Dann scheint er ja in der Nähe zu sein, oder? Wenn man den nicht richtig einladen kann. Aber egal. Wir suchen eine Verabredung. Aber machen wir zu Hause. Weil. Weil ist so. Ich bleib eh zu Hause auf den Laden. Und dann fragen wir ihn einfach direkt, wie wir machen. Lol. So funktioniert das nämlich im Leben. So, wo ist er denn? Hier drüben irgendwo? Oh, hi. Hi. Schön, dass wir uns wiedersehen. Können wir jetzt fingen? Tschüss. Danach können wir ihn wegschicken. Also zumindest, wenn wir dann schwanger sind. Man weiß es ja noch nicht so genau. Viel Spaß. So, und jetzt bitte einmal einen Schwangerschaftstest machen. Bitte, 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 bitte. Ja. Wuhu. I love you. Ah, schön. Das hat direkt schnell funktioniert. Und jetzt kannst du gehen. Bye, ho. Bye. Bye, bitch. Bye. Bitten zu gehen. So, und du redest am besten mit deiner Mom. Damit du deine Fähigkeiten hier erhöhst. Deine Sozialfähigkeiten. Denn, dann können wir dich auch vielleicht ganz schnell nochmal älter werden lassen. Juhu. So, bei euch ist es okay. Ja, das ist gut. Was geht bei euch denn ab, Alter? Ja. Die sind sehr glücklich auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier auch mal die Folge. Und, ja. Ich werde jetzt privat dann noch die Kids umstylen, damit sie beim nächsten Mal dann gut aussehen. Und, ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und, tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018